Ist hier nicht nur ein Abenteuerurlaub oder machen die Teilnehmer wirklich einen Job, der dann wissenschaftlich auch relevant ist? Nein, das ist wissenschaftliche Arbeit. Wir sind auch stolz drauf auf die Berichte, die wir veröffentlichen in wissenschaftlichen Zeitschriften und auch interne Berichte. Wenn man sich die Projekte anständig auswählt, dann können die Teilnehmer, die da mitmachen, auch wunderbar eingesetzt werden.